ja hallo ich wollte mich mal bei den leuten vorstellen die neu auf meinem kanal sind also ich bin florian bönisch ich bin instructor und fahre dann auch rennen ja ich studiere auch fahrzeugtechnik ich habe nämlich später mal vor einer fahrzeugentwicklung tätig zu sein dadurch dass ich eben die erfahrungen vom motorsport mitbringe und auch eben als ingenieur hoffentlich sehr gut sein werde bringe ich dann alle voraussetzungen mit ja und auf diesem weg könnt ihr mich dann ein bisschen begleiten weil ich dann auch versuche so viel wie möglich hier darzustellen sei es eben bei den rennen diese blogs zu machen auch onboard material hochzuladen strecken erklärung vielleicht auch etwas in richtung einstieg wie kommt man in den motorsport rein und so was das ist ja noch auch etwas was viele leute interessiert ansonsten daneben auch noch etwas studentischer anteil dabei natürlich in deutscher sprache kann auch noch vernünftig deutsch sprechen naja anderes thema jedenfalls versuche ich dann auch da irgendwie ein bisschen zu helfen ich mache dann auch nur die themen die ich dann auch selbst sehr gut verstanden habe sonst würde ich das auch nicht machen also zum beispiel mathematik gibt sie bei youtube auch super videos und also das würde ich dann auch nicht machen aber ich denke so im werkstoff technischen bereich und sowas dann ist es auch immer mal wieder schön von anderen leuten sich was erklären zu lassen und ja schreibt mir wenn wenn irgendwas verbessert werden könnte und so also ich freue mich dann auch immer dass meine videos besser werden und überhaupt dass sich leute sowas angucken von dem her ja also motorsport studentischer anteil das gibt es auf meinem kanal viel spaß